Hallo liebe Kinder, ich bin's wieder, Teresa. Und ich freue mich, dass heute ein besonderer Gast bei mir ist. Wer bist du denn? Ich bin Shanti. Du bist Shanti? Ja. Eine Schnecke? Ja. Hast du Lust, mit mir ein Sprachspiel zu machen? Was denn für eins? Da könntest du ganz toll zuhören und dir diese ganzen kleinen Spielsachen einmal angucken und gut einprägen. Und die Kinder können das auch machen. Und wenn ich den Begriff erkläre, den ihr hier seht, könnt ihr den Begriff ganz laut rufen. Ja, da habe ich wohl Lust zu. Alles klar, dann geht's los. Was schlägt Haken und hat lange Ohren? Uff, das sind die Hasen. Die machen immer Stress. Ja, ne? Die sind super schnell. Richtig, der Hase. Was hat Löcher und schmeckt trotzdem? Mir zumindest. Der Käse. Schmeckt dir auch Käse? Ne, ich mag lieber so Grünzeug. Grünzeug. Du bist ja lustig. Was ist knackig, gelb und kein Apfel? Das ist... Kinder, könnt ihr mal helfen? Ruft mal ganz laut. Was könnte das sein? Ach, da, die Birne. Die Birne ist es. Richtig, gut gemacht. Dann machen wir noch eins. Was hat Zweige und Blätter? Der Baum. Genau, das war ja einfach für dich. Super mitgemacht. Warum bist du ein bisschen traurig? Nein. Okay, dann lade ich dich gern wieder ein. Bis bald. Richtig cool. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017